Servus Leute, mein Name ist RagingRaptor, ihr kennt mich sicher schon und heute haben wir ein bisschen ein anderes Video. Ein Video, das mir jetzt schon seit ein paar Monaten, würde ich jetzt mal sagen, ein bisschen auf dem Magen liegt. Oder einfach allgemein geht es jetzt mal heute darum, ein paar Sachen zu bequatschen. Ich habe gestern im Livestream diverse Sachen bequatscht. Und ich möchte jetzt eigentlich gerne diese jetzt auch noch hier in meinem YouTube-Kanal oder als Video auch mal hochladen. Wie gesagt, in diesem Video werdet ihr jetzt nicht viel, sagen wir mal sagen, Editing oder so sehen oder sonstiges viel, sondern eher einfach ein bisschen ein Talking-Raptor, ein Raptor, der jetzt einfach mal ein paar Sachen sagen möchte, die ihm halt ein bisschen zu lange jetzt schon auf den Schultern waren, sagen wir es mal so. Ja, ich bin unter anderem momentan in meiner Zockerhöhle oder Höhle oder wie ihr es ja nennen wollt, auch eigentlich der Punkt oder der Ort, wo ich momentan aufnehme oder so. Weil Schalldeck und so ist angenehmer, man kann mal ein bisschen lauter sein. Und ich habe hier unten mehr oder weniger meine Ruhe. Und wenn mal ganz schlimm was passieren würde und irgendwas super toxisch wäre oder so, kann ich mich in meinem eigenen Tadaa-Bunker verstecken gehen. Weil ihr wisst ja, Schweizer, wir haben überall einen Luftschutzkeller, obwohl dort hinten wirklich kein Platz ist, sagen wir es mal so. Ja, die Idee zu diesem Video kam eigentlich auch von einem anderen Content-Creator, den ich schon länger verfolge. Der nennt sich RT Games. Das ist ein sehr, sehr großer Content-Creator. Und jetzt ist ein Variety-Streamer. Und das ist groß geworden durch einfach ein paar kleine Dinge, die einfach eingeschlagen sind wie eine Bombe. Und andersweitig möchte ich auch noch auf dieses Video aufgehen, weil ich was in Reddit gelesen habe, wo es eben um Sir Fork ging. Und dort auch ein paar Leute ihm gesagt haben, ja, wieso spielt er überhaupt noch World of Tanks, wenn es mir eigentlich gar keinen Spaß mehr macht. Und die ganz klare Antwort, nicht von ihm, aber höchstens von ein paar Zuschauern, war einfach, dass er eigentlich gar keinen anderen Weg hat, um jetzt sein Überleben zu sichern. Und das sind eigentlich so die Themen, die ich jetzt heute mal ansprechen werde. Und vor allem das erste Thema wirklich jetzt ist, dass ich in letzter Zeit einfach gar nicht mehr mehr so happy bin mit den Videos, die ich produziere. Und der erste Grund, der halt ist, und das haben uns schon ein paar Leute gemerkt, und ich denke, das habt ihr auch gesehen beim 50-Minuten-Video, ist halt einfach, dass ich in letzter Zeit World of Tanks gar nicht mehr so richtig, wie soll man sagen, genießen kann. Je mehr ich das Spiel spiele, desto mehr nervt es mich eigentlich, sagen wir es mal so. Und ich denke, das haben jetzt auch schon ein paar Leute gesehen während so Livestreams und so, wo ich einfach keinen Bock mehr drauf habe. Gut, ich möchte anmerken, ich bin eine Person, die wenn zu wenig Schlaf hat, da kann mich jede Scheiße wirklich schnell aufregen. Und ich denke, jetzt eben, ich bin ausgeschlafen, jetzt bin ich auch eigentlich normal drauf. Also so würdet ihr mich auch mal sehen, wenn ich, wenn ihr jetzt irgendwie mich im Coop oder im Supermarkt oder im Kaufland oder so treffen würdet. Es ist halt einfach, dass ich in letzter Zeit hatte, habe ich wirklich eher Probleme, das Spiel halt zu genießen. Einfach aus dem Grund, da fast jede Kleinigkeit, ob es jetzt das blöde RNG, ob es jetzt die Genauigkeitsmemes oder sonst was, jede Kleinigkeit, die hat dazu einfach geführt, dass ich extrem oft eine extrem schnelle Zündschnur hatte. Und schlussendlich der beste Stream, den ich hatte, der war halt wirklich, wo ich mich darauf konzentriert habe, einfach zu daddeln und nebenbei das Spiel zu spielen, nicht das Spiel zu spielen und daneben bei zu daddeln, sondern wirklich einfach über halt ein bisschen, genau über das zu reden, was wir jetzt reden möchten. Weil es gibt es einfach ein paar Sachen, die halt, und das kann man auch kurz gerne sagen, das sind auch meine eigenen Fehler. Und das andere große Problem ist eben, da ja World of Tanks mir auch noch für sich nicht mehr so viel Spaß macht, es seht ja momentan auch viel, viel weniger Gameplay oder so oder Replay-Analysen, weil einfach ich, ich kann mich selber nicht aufhypen, halt über das Spiel, über das Gameplay halt jetzt da zu erklären oder so. Obwohl, ich möchte schon sagen, dass ich eher ein Erklärbär bin. Und auch das heutige Video über den Progetto, auch wenn es lange geworden ist, Entschuldigung, über Rino Cernotre, Rino Centro, Entschuldigung, den Tier 10 italienischen Heavy, hat mir auch Spaß gemacht, weil ich bin immer noch jemand, ich habe eigentlich immer noch eine Liebe für das Spiel. Es ist halt einfach, dass momentan die schlechten Sachen, diese Liebe, wortwörtlich einfach zu stark sind. Und eigentlich alles, das weghaut. Und ja, dazu führt dann halt auch, dass ich mich selber einfach langsam mal fragen muss, ist die Zeit, die ich hier in YouTube rein investiere, beziehungsweise auch an Streams, obwohl eben die selten Streams sind momentan wirklich weniger geworden, weil ich mehr Zeit an YouTube investiere, ob es wirklich sich noch lohnt. Zumindest in der World of Tanks-Nische. Und das ist etwas, das mir schon öfters einfach durch den Kopf gegangen. Und das habe ich jetzt schon öfters gefragt. Ich habe das jetzt schon mit mehreren Leuten, die ich wirklich gut kenne, mal besprochen und so. Und sagen wir es mal so, das große Problem ist, und ich gucke es jetzt eher auch im englischen Kanal an, weil der englische Kanal, der hat noch extrem großes Potenzial zu wachsen. Weil Englisch ist ja natürlich eine Sprache, die halt universell ist, im Gegensatz zu Deutsch. Und was mir halt einfach aufgefallen ist, zumindest im englischen Bereich, ich mache dort seit sechs Jahren YouTube-Videos. Sechs Jahren und ich muss auch sagen, ich habe über diese sechs Jahre sehr, sehr viel über Editing, über Präsentation und solche Sachen gelernt. Und vor allem muss ich auch sagen, seit 2020, obwohl eigentlich 2020 ein absolutes Scheißjahr ist, muss ich sagen, dass ich extrem zufrieden bin in der Hinsicht, wie eigentlich die Videos langsam geworden sind. Und es ist mir Zeit reingeflossen. Ich probiere auch viel mehr, diese Videos zu verbessern und auch gut zu machen, oder? Und vor allem mit Pre-Editing, eben wenn jetzt PowerPoint oder so ist, der PowerPoint Raging Raptor und so, ppppp Raptor, fühlt es sich eigentlich auch gut an. Ich bin stolz darauf, was ich mache. Aber, und eben das ist eben das große Aber, ich mache seit sechs Jahren mehr oder weniger YouTube. Und ich glaube, seit, schlag mich tot, zwei oder drei Jahren einen eigenen deutschen Kanal. Früher war ja alles auf dem gleichen. Und der Fakt, dass ich innert sechs Jahren auf dem englischen Kanal es nicht geschafft habe, 10.000 Abonnenten zu, wie soll man sagen, zu erreichen in einer Nische, wo es möglich ist und ich nicht ein einziges Video habe, das über 100.000 ist und ich nur ein einziges Video habe, das über 50.000 Views ist, da muss ich mich einfach fragen, bin ich es überhaupt wert? Kann ich überhaupt mit meinen Qualitäten in dieser Nische mich durchsetzen? Und die andere oder das andere Problem, das ich momentan auch irgendwie sehe, ist und bleibt halt, dass auch im deutschen Bereich ich das Gefühl habe, dass ich langsam, aber sicher eine Decke erreicht habe. Also, es ging öfters mal so hoch, ne? Und langsam flacht das ab, habe ich das Gefühl, mit neuen Abonnenten, mit neuen Views und so weiter und so fort. Und es ist halt einfach irgendwie, es ist schade. Gut, ich muss sagen, wenn ich mich persönlich sehe für Informationssachen, würde ich mal sagen, die Leute, die mich mögen oder die mich ausstehen können, die gucken die Videos. Die Leute, die mich nicht ausstehen können, die gucken es nicht. Und der Rest, der ist einfach an Informationen oder an Neuigkeiten nicht interessiert. Und darum frage ich mich an, wie ob ich langsam, aber sicher zur Konklusion gekommen bin, dass in der Theorie im News-Sektor, in World of Tanks, im deutschen Bereich, dass ich dort den Zenit erreicht habe oder die maximale Größe erreicht habe. Ja, ich denke jetzt sicher, ja, Raging, bist du jetzt echt so fucking klickgeil auf Zahlen, auf View-Zahlen und aber auch aufs Abo-Zahlen und so. Schlussendlich muss ich auch sagen, es ist halt ein direkter Vergleich zu dem, wie meine Leistung ankommt, oder? Und der Faktor, dass ich halt wirklich langsam oder fast gar nicht mehr wachse in den letzten paar Wochen oder Monaten sogar, ist halt einfach etwas, da muss ich mich jetzt fragen, jo, was mache ich falsch? Bin ich es? Ist es mein Style? Oder ist es die Nische? Und ganz klar, ich bin kein unbeschriebenes Blatt. Ich bin, wenn man mich teilweise Livestreamen sieht, kann man sich gut vorstellen, dass ich eigentlich einen absoluten Schuss in der Birne habe. Und das liegt halt einfach daran, dass ich halt extrem emotional bin. Und ich halt extrem halt auch, ich fühle mit Sachen mit, sagen wir es mal so. Wenn es geil läuft, jo, fuck geil, wenn es scheiße läuft, ah. Und eben, entweder man hasst mich, man mag mich oder man interessiert sich nicht, oder? Und es fühlt sich einfach so an, dass eben dieser Zenit jetzt mal momentan schon erreicht worden ist. Und der Fakt, dass es momentan extrem nicht weitergeht, mit dem Zusatz, dass mir das Spiel momentan noch nicht so viel mehr Spaß macht, ist halt einfach irgendwie, ja. Und ich hatte jetzt ja ziemlich lange Ferien. Ich eben, bei uns mit der Uni, beziehungsweise mit der Fachhochschule, ist es so, dass wir im Winter ein bisschen weniger Ferien haben. Und im Sommer haben wir ab Juni, oder besser gesagt, ab Mitte Juli, Anfang Juli, haben wir eigentlich Ferien bis Mitte September. Oder vorlesungsfreie Zeit, ne. Da ist ein fucking Mikko oder so in die Lampe geflogen. Get damit. Der Fakt, dass ich eigentlich zwei Monate mehr oder weniger vogelfrei war, machen konnte, was ich wollte. Eben, ich bin nach Italien gegangen, ich bin, habe ein paar Kollegen in Deutschland besucht und so. Aber schlussendlich, contentmäßig, obwohl ich viel mehr Zeit gehabt hätte, um Content zu machen, hat sich einfach in dieser Zeit einfach noch ein bisschen mehr manifestiert, dass mir das Spiel oder zumindest Gameplay-Aspekte einfach gar nicht mehr so viel Spielspaß machen. Und was jetzt halt in letzter Zeit noch dazugekommen ist, eben, ich studiere, ich habe jetzt wieder angefangen zu studieren, wir sind jetzt in der vierten Semesterwoche. Und der Fakt, was sich jetzt auch ein bisschen abgeändert hat in den letzten paar, ich würde sagen, in den letzten zwei Monaten ist halt, wie sich das CC-Programm verändert hat. Ich bin immer noch sehr, sehr glücklich, dass ich ein CC geworden bin, vor allem für die deutsche Community, ne. Dass ich es geschafft habe und ich seit jetzt mehr als zehn Monate, also ich habe ja angefangen, glaube ich, am 4. Januar bin ich eingezogen in das CC-Programm. Und in diesen zehn Monaten habe ich schon wirklich Ups and Downs gesehen. Und das größte Down, was ich jetzt gesehen habe, ist halt einfach der Fakt, dass schlussendlich es gar kein gleiches Spielfeld mehr gibt. Also man muss sich so vorstellen, normalerweise im Fußball möchte man haben, dass das Spielfeld eben ist. Dass jeder an und für sich die gleichen Chancen mit seinen Skills brillieren kann. oder eben mit seiner, mit irgendetwas im Halt. Zeigen kann, yo, ich kann mich hier aber voreben. Aber was jetzt öfters und öfters passiert ist, und ich habe das schon mal angesprochen, vor allem aber auch in Streams, ist halt einfach, dass das Gefühl dort ist, dass erstens du nicht mehr ein Community-Kontributor bist, sondern ein Content-Creator. Und diese Abspaltung führt dann halt dazu, dass die Leute, die Vollzeit-Content-Creator sind, halt proportional viel mehr vorgehoben werden und halt auch viel mehr Optionen haben, mit dem, was momentan, wie soll man sagen, mit dem, was momentan auf dem Tablett serviert wird, halt was zu machen. Und ich habe das schon mal besprochen, vor allem im englischen Kanal, aber das große Problem, was mir einfach momentan auffällt, jetzt zum Beispiel das beste Beispiel, ist das neue Brawl Club. Dort werden die ersten zehn Runden oder so gezählt und dort werden dann zusammengezählt, wie oft warst du das und das und das und das gibt einen Punkt. Und das machst du jetzt über die ganze Season hinweg, über diese Episode, Entschuldigung, über diese Woche hinweg. Jeden Tag zehn Runden spielen, wenn du Bock hast, natürlich, damit du dann eine Chance hast, wenn du halt in den höheren Rängen bist, dass du halt Drops dann kriegst. Und ich finde, diese Drops sind so oder so auf Twitch zumindest ein absoluter Abfall. Zumindest, wenn sie nicht jedem CC gegeben werden. Wieso? Weil es gibt eigentlich eine Inflation an Zuschauerzahlen, die wirklich nur dann auf die Leute gehen, die Drops sind. Wenn ich zum Beispiel streame während diesem Drops-Event oder während dem Waffenträger-Event. Ich persönlich muss eigentlich sagen, yo Leute, ihr müsst nicht mich gucken, bei mir gibt es nichts gratis. Ich kann weder was vergeben, noch kann ich was meiner Community eigentlich zurückgeben in der Sinsicht. Ich muss sagen, yo, schaut einen dieser Leute, die diese Drops haben. Und das wird wahrscheinlich das Gleiche sein mit diesem neuen Brawl Club eigentlich. Ich fand an und für sich, wie sie es mit dem Ding gemacht haben, mit dem Polenpanzern, viel angenehmer, weil dort konnte eigentlich jeder dann das, was er geschenkt gekriegt hat, selber weggeben. Was jetzt halt einfach ist, und eben, das führt dann halt dazu, dass die Leute, die da nicht mitmachen oder nicht hoch ranken, viel, 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 viel weniger Zuschauer zahlen, dann wenn sie diesen Drops-Events haben können, sie gleich vergessen können, zu streamen. Das ist schon mal ein Ding, das extrem nervt. Das andere habe ich ja auch schon angemerkt wegen dem Waffenträger-Event. Es ist mir scheißegal, dass die großen Poster-Childs oder so das Event hervoreben dürfen mit einem Waffenträger auf Ehund 220. Das ist mir scheißegal, das ist eine gute Sache. Das sind die Poster-Childs, die haben es gemacht, die haben sich durchgesetzt und die haben große Communities, mit denen sie das eigentlich zeigen können und denen das zeigen können und dieses Event zu promoten. Aber der Fakt, dass dann nur diese auch noch Drops kriegen, ist halt schon ein bisschen ein Tritt in die Eier für jeden kleineren CC, der auch streamt. Ob es jetzt Krylo, ob es jetzt O'Hare, ob es jetzt ich bin im deutschen Bereich, nur um ein paar aufzustellen, ob es jetzt Alex und Fire ist. Punkt ist, dass wir in diesen Zeiten an und für sich mehr oder weniger einfach sagen mussten, eben Leute, guckt nicht uns, wir können euch nichts geben. Und das ist halt echt fucking Bullshit in der Hinsicht. Der andere Punkt ist auch noch, ihr habt es sicher gesehen, in den letzten drei Tagen oder so, oder die letzten paar Male sind jetzt drei neue Premium-Panzer rausgekommen. Und diese Premium-Panzer, eine davon, da kann Wargaming gar nichts machen. Da kann wirklich Wargaming gar nichts machen, weil da waren sie verpflichtet, dass sie ihre NDAs oder Non-Disclosure Agreements mit Amazon halten. Sonst kriegt es da echt scheißgroße, ähm, wie soll man sagen, Probleme, oder? Das war in Ordnung mit dem T42. Aber der CS52-Liz sowie, aber auch der T77 kamen beide ohne Testphase eigentlich raus. Was heißt denn das jetzt ganz genau? Ohne Testphase. Es erlaubt uns, CCs, kein Video für diese Sachen vorzubereiten. Was sind denn die Folgen, die ich persönlich beobachtet habe und selber bei mir gesehen habe? Die CCs oder die allgemeinen Leute, die diese Fahrzeuge dann geschenkt kriegen, sind dazu gezwungen, an und für sich probieren, wenn sie noch irgendwo hoch in den YouTube-Rankings sein wollen, halt so schnell wie möglich ein Video dazu rauszubringen. Und was passiert denn unter anderem? Es werden Reviews hochgeladen, die halt wortwörtlich 45 Minuten lang nur Gameplay sind und höchstwahrscheinlich schlussendlich vielleicht fünf oder zehn Runden maximal gespielt haben. Das ist das eines Beispiel. Es erlaubt uns nicht wirklich, den Content, den wir gerne machen wollen, so zu machen, dass er auch gut rüberkommt, wenn wir halt immer noch eine Chance haben wollen, da in den YouTube-Rankings irgendwie noch da vorne zu sein. Vor allem, und was passiert dann ganz genau? Sagen wir es mal so, wenn ein neuer Panzer um 12 Uhr mittags rauskommt oder um 13 Uhr, Leute, die arbeiten, oder CCs, die arbeiten und einen YouTube-Kanal haben, CCs, die viel Zeit investieren wollen in ihre Videos, diese CCs werden schlussendlich einfach weggelassen oder hinten hergelassen, weil die Leute, die wirklich Zeit investieren wollen, um ein ordentliches Review zu so einem Fahrzeug machen zu können, die haben die Zeit nicht mehr und eben das führt dann halt dazu, dass Content auf YouTube einfach durchgerusht wird und das andere Problem ist, und das ist jetzt wirklich genau jetzt auch mit diesem Rino Ceronte passiert, mit dem neuen Stufe 10 italienischen Medium, Heavy, Entschuldigung, mit den Supertest-News. Wir haben, bevor der Greenlight, da war um 15 Uhr, wir hatten drei Stunden Vorbereitungszeit. Im deutschen Bereich ist es jetzt nicht so arg schlimm, weil ich, so wie O'Hare, wir beide arbeiten und, oder haben zumindest eine Arbeit, also ich sage mal persönlich, dass ich finde, dass mein Studium, mein Vollzeitstudium auch eine Arbeit ist und dazu kommen nachher dann noch. Aber dann im anderen Bereich, jetzt im englischen Bereich, für mich ist es extrem wichtig, ich bin immer noch sehr, sehr klein im Vergleich zu anderen Content-Creative im englischen Bereich. Wenn ich es nicht schaffe, an und für sich schon als erstes Video hochzuladen, in meiner geübten Qualität, dann ist einfach die Chance dort, dass ich einfach dann direkt untergehe unter halt eben jetzt Desk Games als Beispiel. Und er ist halt Vollzeit-Streamer, Vollzeit-YouTuber, er konnte sich halt direkt auf das vorbereiten. Und das ist einfach scheiße, weil es erlaubt uns nicht, ein gleiches Spielfeld zu haben. Das Spielfeld ist so reingekippt, dass wir unten eigentlich fast die ganze Zeit ein Tor kriegen und dadurch verlieren. Zumindest wir Kleinen, wir Kleinen, die arbeiten müssen. Und das Gleiche gilt auch jetzt für die Leute von Awesome Epic Guys zum Beispiel. Sie machen ja normalerweise auch solche Videos zu diesen Fahrzeugen, wo sie ein paar Runden spielen, Editing und so machen. Schlussendlich, sie haben selber gesagt, sobald sie mit dem Video fertig sind, ist der Panzer gar nicht mehr in aller Munde. Das ist schon wieder News von gestern eigentlich. Und das sind einfach momentan Sachen, die mich selbst zweifeln lassen und auch nerven. Eben der Fakt, dass ich das Spiel teilweise gar nicht mehr so richtig Spaß dran habe. Der Fakt, dass nach sechs Jahren ich nirgends bin auf YouTube. Und der Fakt, dass seit letzter Zeit das CC-Programm immer mehr von Kontributoren zu Content-Creator geschifftet ist und dadurch die Kleinen, die eben arbeiten, Studium nebenbei noch zu machen haben und eben, wie ich jetzt, ich da mich auf News fokussiert oder spezialisiert habe, dass ich einfach keine Chance mehr habe gegen Größere in der Hinsicht. und ja, darum kann es jetzt auch mal gut sein, dass es so eine erste Idee gewesen ist, dass ich eventuell anfange, andere Spiele einfach auch zu spielen oder Sonstiges zu machen. Weil, das ist jetzt einfach so auch eine Frage, die ich mir jetzt selber stellen muss und die Antwort ist eigentlich klipp und klar. Mein Studium ist mir wichtiger. Und die Frage ist, benutze ich momentan zu viel Zeit, die ich fürs Lernen benutzen könnte, um Videos zu machen? Und ab und zu muss ich halt echt sagen, ja, ich benutze zu viel Zeit. Ich bin schon ein bisschen hintendrein, weil ich halt ein paar Fächer verkackt habe. Und das Studium ist leider bekannt, dass es schwierig ist. Das ist das Maschinenbaustudium. Ich habe dieses Jahr ziemlich harte Fächer, unter anderem die Thermoflutdynamik, dann Verfahrenstechnik, Pinch-Analyse und dann noch CAD und so. Also, es sind jetzt nicht gerade uneinfache Fächer. Und es ist nicht, um zu sagen, hey, guck mal, ich finde es ja gut. Es sind halt einfach Sachen, die mich auch ein bisschen halt beängstigen in der Hinsicht. Und definitiv, mein Ziel weiterhin ist und bleibt, das Studium abzuschließen und damit ein Master zu beginnen, sofort hinten dran. Weil, auch wenn ich gerne Videos als Hobby mache, es ist ein Hobby. Auch wenn ich jetzt vorhin die ganze Zeit gesagt habe, ja, ich möchte eigentlich größere Zahlen und so haben. Logisch. Es ist immer cool zu sehen, dass wenn du was machst, dass es von viel mehr Leuten gesehen hat, die es mögen, oder? Und es ist halt einfach, eben die Frage, die ich mir jetzt stellen muss, ist, soll ich einfach jetzt mal ein bisschen Pause machen oder einfach mal runterfahren und es vielleicht ein bisschen schleifen lassen, das YouTuben sein? Um mich wirklich viel mehr auf das Studium zu konzentrieren. Es ist nicht so, als wäre ich jetzt hinten drin oder so. Also dieses Wochenende ist auch viel mehr Lernen angesagt, als jetzt vorletzte Woche, äh, letztes Wochenende. weil wir nächste Woche eine Thermoflühdynamiker-Prüfung haben oder eine Vorprüfung. Es ist aber vor allem auch in Bezug zum englischen Kanal. Es ist weiterhin, ich weiß, dass mit dem Skillset, das ich mir über die letzten paar Jahre erarbeitet habe, ich weiß, dass ich es in mir habe, mindestens 100.000 Abonnenten zu kriegen, ob es jetzt im Englischen oder im Deutschen sind. Das ist eigentlich ziemlich scheißegal. Aber ich bin mir sicher mit dem Skillset, das ich mir erarbeitet habe, dass ich das hinkriegen könnte. Und das ist auch weiterhin ein Ziel. Das ist eigentlich so ein neues Ziel, nachdem ich den CC erreicht habe, dass ich mit einem von beiden Kanälen die 100.000 kriege, dass ich diese Plakette kriege, die ich mir dann da hinten ranhängen kann. Aber ja, jetzt ist halt die Frage, was soll ich tun? Oder was kann ich noch tun? Und ich denke, dass jetzt hier News-Sachen im Thema World of Tanks-Bereich, die werden nicht wegfallen. Also, die werden weiterhin bleiben, wo sie sind. Das ist immer noch Sachen, die mir Spaß machen. Aber ich muss mich einfach fragen, sonst halt, kann ich da irgendwie mehr machen? Ich persönlich habe einfach das Problem, dass ich noch gar keine neuen Ideen habe. Aus was besteht mein Kanal? Ein bisschen Warfander, dass es super schlecht ankommt. Das ist einfach, weil halt, ich denke mal, dass ihr World of Tanksler einfach denkt, ja, Woffern ist ein fucking Müllspiel und dann wird es halt einfach Hass gedauert. Und das ist zum Beispiel auch eine andere Frage, die ich mir jetzt mich stellen muss. Wir haben jetzt 7.800 Abonnenten und ich schätze, von diesen 7.800 Abonnenten werden vielleicht 2.000 dieses Video gucken, weil das wirklich die Core Viewer Base ist, die mich jetzt auch schon länger kennt. Und jetzt ist halt einfach die Frage, was ist, wenn ich jetzt probiere, was anderes zu machen? Vielleicht mal Highlights von einem Videospiel oder so. Ob es jetzt ein Funny Moments Video von City Skyline ist, von Among Us oder so oder sonst was. Wer das denn auch gehasst downloadet? Kommt das denn auch nicht gut an, weil es nicht World of Tanks ist? Und das sind auch so Sachen, die, und dazu kommt halt auch noch, dass halt YouTube die ganze Zeit, jedes Mal, wenn du ein neues Video hochlegst, das klebt dir ins Gesicht, yo, das Video mit den anderen Videos verglichen von den letzten 10 Videos kommt, jetzt ist es Platz 4 von den Aufrufen. Hast du aber nicht gerade ein geiles Gefühl? Wenn du die ganze Zeit an und für sich von einer Statistik-Webseite, von deinem eigenen Statistik-Board an und für sich zusammengeschnauzt wirst, yo, dein Video war scheiße. Und es literally steht da, yo, denn die Leute gucken das Video nicht so toll. Nicht so viel. Und sie gucken es viel, viel kürzer. Ist auch nicht so geil. Aber gut, immerhin ist es, es zeigt es dann halt, yo, das Video kam jetzt nicht gut an. Ja. Und momentan ist halt einfach, ich überlege mir halt einfach jetzt zum Thema World of Tanks, ich habe immer noch ein großes Wissen und ich denke, viele von euch wissen einfach, dass ich ein Erklärbär bin. Und ich frage mich halt einfach langsam, ob ich wirklich Videos zum Thema Gameplay vielleicht einfach an den Nagel hängen soll. Weil gefühlt durch, und durch sind solche Replay-Analysen einfach kommen nicht gut an. Oder haben eben schlechte Views. YouTube sagt mir, yo, Leute, guckt uns nicht, auch wenn wir es vorschlagen. Wir würden dir mal empfehlen, vielleicht was anderes zu machen. Und das Gleiche gilt dann auch mit dem Stream. Soll ich mir jetzt mal überlegen, einfach zu sagen, hey, dass ich einfach einen Tag mir nehme, wo die Leute halt halt auch ein bisschen wie Mailand, wo sich die Leute dann halt sagen können, jetzt möchte ich mal gerne meine Kanalpunkte einsetzen, eben zum Beispiel einen Freitag oder so. Jetzt machen wir zum Beispiel für die Kanalpunkte drei einen Zug, drei Runden Zug spielen oder ein Eins gegen Eins oder eine Analyse von einem Replay und so und das einfach vielleicht auf einen Tag oder so zusammensetzen, damit die Leute mich halt in einer Situation sehen, wo ich normal drauf bin und nicht irgendwie völlig angepisst oder übelst euphorisch bin über das Spiel. das andere ist, wenn ich jetzt von Replay-Analysen, von Gameplay-Analysen und so weggehe, soll ich dann mehr die Zeit investieren dann in Sachen, die auch länger dauern, also zum Beispiel mal ein Guide-Video zu, ich mache jetzt ein neues Guide-Video zu den 279-Missionen, zum Beispiel, das ist mein zweitmeist geschautes Video im englischen Kanal oder ein Zehntipps, wie man besser wird im World of Tanks, eine Neuauflage, weil das Video ist jetzt zwei Jahre alt und ich bin definitiv nicht mehr zufrieden mit dem, was ich dort abgegeben habe, einfach, ich habe besseres Equipment, ich habe meiner Meinung nach eine bessere Stimme oder eigentlich eine bessere Aussprache und eben, wir haben einen Greenscreen, den ich jetzt nicht aufgestellt habe, weil einfach jetzt das Thema, das Fokus bin ich jetzt und nicht irgendwie Gameplay dazwischen und na, natürlich ist jetzt auch die Frage, soll ich eventuell mir überlegen, andere Spiele zu spielen, eben wie vorhin schon gesagt, vielleicht mit Among Us anfangen, da wurde auch schon öfters gesagt, im Stream, ja, spiel doch Among Us mit den Zuschauern und so und öfters habe ich einfach das Gefühl, dass ich selber halt mich abgrenze, indem ich halt einfach durchgehend Nein sage zu Sachen wie eben, yo, spiel doch mal Zuschauerzug und so, nein, ich mache das, wenn ich einen Zeit, einen gewissen Zeitpunkt habe. Sag zum Beispiel etwas, soll ich mal probieren, einen fixen Zeitplan für Streamen zu machen, da habe ich zum Beispiel auch mit dem Jens angeschaut, weil ich musste echt merken, dass wenn ich World of Tanks mit jemandem spiele, auf den ich mich verlassen kann, dass ich schon viel mehr Spaß habe, vor allem, wenn es jemand auf meinem Skill Level ist, vielleicht sogar ein bisschen höher, wo ich was davon lernen kann und wenn es gut läuft, auch nicht jemand ist, der nur rumschreit, der mich teilweise auch ein bisschen runterbringen kann. Und natürlich, die letzte Frage ist natürlich, soll ich ganz aufhören? Wo ich das gestern mit dem Stream besprochen habe, hieß es dann schlussendlich von vielen Leuten, ab wo kriege ich denn meine News jetzt her? Und ja, das ist so. Es ist halt einfach, momentan, weiß ich halt nicht mehr, ob die Zeit, die ich investiere, dem Ertrag gerechtfertigt ist. und ich weiß, es gibt jetzt sicher ein paar Leute, die denken, du spinnst doch, du bist ein geldkiriges Stück Scheiß und so und schlussendlich muss ich auch sagen, ich bin dieses Jahr 24 geworden. Ich habe nichts. Ich habe angefangen das Studium und wenn Scheiße läuft, pflege ich raus dieses Semester. Ich habe Zeitprüfungen, die muss ich bestehen, ansonsten pflege ich aus dem Studiengang raus. That's it. Ich bin 24, ich habe keine Ausbildung, und ich habe einfach ein Abitur. That's it. Und das sind diese 400 Euro pro Monat, die jetzt vielleicht zusammenkommen mit beiden YouTube-Kanälen und mit Twitch. Ist ein geiles Taschengeld, aber ich darf mich nie himmels Willen nicht auf sowas stützen dann. Und da muss ich aber fragen, eben, Zeit und Ertrag stehen da nicht überein. Das Gute ist zumindest, wenn ich ein englisches Video mache oder ein deutsches Video machen, kann ich oft einfach die gleichen Sachen nochmal verwenden für das Englische, eben, Vorschauvideos, erst mal kurz einfach den Titel abändern. That's it. For the PowerPoint. Das ist super easy und das Einzige, was hat mehr Aufwand, ist es halt einfach nochmal alles zu sprechen auf der anderen Sprache. Aber eben, ich bin momentan wirklich am Anfang und überlegen, was soll ich tun. Habt ihr Ideen, von was für Videosachen ihr sehen wollt? Weil, ich muss einfach sagen, wenn man Replay-Analysen sehen will, die gut gemacht sind, dann muss man nicht mich schauen, sondern muss man meinen anschauen. Und mit dem ist er auch berühmt geworden. Und wenn ich halt meine Replay-Analysen mit Zahlen vergleiche, dann weiß ich einfach, ich bin liegen unter ihnen. Und da frage ich mich, wieso soll ich denn das überhaupt noch tun? Die Aussage kann man natürlich auch drauf packen, ja, wieso machst du denn noch News-Videos im englischen Bereich, wenn ja Death Games das immer besser macht. Und da ist der Punkt. Ich persönlich, und das ist vielleicht auch sehr, sehr Selbstüberschätzung oder so, oder ich persönlich finde, dass meine Vorschau zu diesen Fahrzeugen, zu diesen neuen Fahrzeugen, besser sind, weil sie handeln um das Fahrzeug. Nicht um irgendwie übelst langes Intro mit, ja, Giveaways und so weiter und so fort, sondern wirklich einfach, es geht um das Fahrzeug, auch wenn das jetzt das Video über den Centro, ähm, in den Centro, Entschuldigung, ähm, 20 Minuten lang war. Es gab halt alles, was wir über dieses Fahrzeug besprechen konnten. Wir konnten einen Deep Dive in die Stats machen, wir konnten es vergleichen mit anderen Sachen. Ja, darum möchte ich das definitiv nicht aufgeben. Und im deutschen Bereich muss ich sagen, eben wie schon vorhin, oder vorhin mit 20 Minuten angemerkt, ich bin der Meinung, dass eben ich in, eben eigentlich einer Topquelle sein kann und ich fühle mich auch so und das macht mir auch Freude. Und, wenn es auf Biegen und Brechen nicht funktioniert, eben jetzt zum Thema Reeple-Analysen und so, dann soll ich den weiter biegen und brechen und hoffen, dass es irgendwann funktioniert. es ist doch, es ist doch, wie man in Far Cry 3 sagen würde, wie Farce sagen würde, Insanity. Man macht immer und immer und immer das Gleiche und erwartet, dass ein anderes, ein anderes Resultat rauskommt. und das ist ein momentan so, ich glaube auch ein Motto für 80% meines Contents. Ich tue ihn und tue ihn und tue ihn und trotzdem ändert sich nichts. Ja, das sind so die Sachen, die Probleme und die Gedanken, die ich momentan einfach habe, die ein bisschen um mein Leben sich herumschwirren und auch allgemein um meine YouTube-Karriere, wenn man das überhaupt eine Karriere nennen kann. Und ich weiß halt einfach nicht, ob ich einfach jetzt mal wirklich experimentieren soll. Eben, weg mit Reeple-Analysen, weil gefühlt eben sind es meistens die Videos, die am schlechtesten ankommen. Vielleicht mal etwas anderes erklären. Also ich habe da noch eine Präsentation, die ich vor einem Jahr gemacht habe für ein Fach und das ging über Bionic. Bionic erklären in 5 Minuten. Und das hat mir extrem Spaß gemacht und vielleicht ist es etwas, das ihr auch gerne sehen würdet. Klar, 5 Minuten ist super scheiß für einen YouTube-Algorithmus, aber hey, es gibt Half is Interesting, es gibt Lockpick-Lawyer, das sind alles Videos, die unter 5 Minuten sind und die kommen super an. Und eben die Frage ist halt wirklich, die ich mich jetzt stellen muss und es ist nicht eine Frage, weil eben die Antwort ist klar. Halt einfach zu sagen, ich mache jetzt wirklich einfach nur das Minimum im Thema YouTube-Bereich, weil das Studium geht vor. Ich kann in 1,5 Semestern, 3 Semestern fertig sein, wenn es gut läuft und wenn es nicht so gut läuft, sind es in 4 Semestern. Und dann bin ich halt 26. Dann habe ich erstmal einen Bachelor im Mechanical Engineering. Das Gute ist, dass ich dann eben plane, direkt mit einem Master weiter zu machen, das Teilzeit zu machen. Das Interessante war eigentlich noch, ich habe mir gesagt, dass wenn ich es schaffen würde, mit YouTube und Twitch im Monat 2.000 zu verdienen, dass ich dann anfangen würde, Teilzeit zu studieren. Aber von dem sind wir leider viel zu weit weg. Also nicht 2.000 Euro, sondern 2.000 Dollar. Aber eben, von dem sind wir zu weit weg. Und ich weiß, ihr könnt jetzt denken, was ihr wollt. Ich denke, ein paar Leute denken sich, du bist ein geldgieriges Arschloch und so. Ich möchte einfach anmerken, Leute. Es ist ein schöner Batzen und es ist halt einfach, je älter, als ich jetzt geworden bin, ist es halt nicht mehr ein schöner Batzen, sondern es ist halt einfach etwas, wo ich jetzt sagen muss, eben die Zeit könnte ich besser investieren. Und so im ersten paar Semester eben war es auch chillig, ja, du bist 20, du bist 18, what the fuck, oder mach einfach was, was du willst, oder? Und jetzt mit 24, man sollte echt fragen, eben, lohnt es sich überhaupt noch? Lohnt es sich überhaupt noch, da was zu machen? Und wenn ja, wie viel lohnt es sich noch? Und eben, ich bin jetzt auch echt am überlegen, einfach halt zu sagen, yo, ich probiere jetzt mal einfach ein bisschen das Minimum runterzuschalten, Sparflamme zu gehen, einfach die wichtigsten Informationen zu machen. ein News-Video, wenn News da sind und wenn ein neuer Panzer kommt, eine kurze erste Eindruck, eben diese zwei, drei Runden spielen. Ja, vielleicht überlegen halt, wenn ich nur noch das mache, ein bisschen mehr Zeit auf zur Seite zu nehmen, eben neuen 2.79-Guide zu machen. Ja, ich weiß, ich denke, ich habe jetzt hier nicht viele Freunde gemacht, wenn ich jetzt hier nochmal ein bisschen drauf losgeredet habe. Es hatte keine Ordnung, es hatte keine Taktik dahinter, ich hatte, ich hatte ein paar, also eben da, also ich hatte schon ein paar Notizpunkte, die ich mir gesetzt habe, aber es ist jetzt nicht super viel oder so. Also ich habe jetzt wirklich das gemacht, was ich am besten, also was ich persönlich eigentlich am besten finde und am authentischen finde, ich habe die Notizpunkte, über die ich sprechen möchte und der Rest ist halt go for it, oder? Und eben, ich kann mir gut vorstellen, dass sie jetzt ein paar Feinde gemacht haben, die eben sagen, ja, du bist doch ein geldgeiliges Stück Scheiß und so und vielleicht bin ich das, vielleicht bin ich ein Bergjude. Ich kann mich zum Glück in meinem Bunker verstecken. Bitte nicht böse nehmen, das ist eigentlich so eine Aussage, die ich von ein paar Kollegen aufgenommen habe, neben die Schweizer sind halt Bergjuden oder so. Also bitte nicht böse nehmen, das ist wirklich einfach als Witz gesehen. Und ja, und ja, ich glaube, ich habe jetzt alles angesprochen, das ich ansprechen wollte. Eben, Ziel weiterhin ist natürlich, dass das Studium fertig wird. Und zweites Ziel wäre halt immer noch das Sekundärziel, ist halt immer noch irgendwie 100.000 Abos zu kriegen. Das wäre dann was, das ist so ein großes Ziel, so ein großes geiles Ziel. Und die Frage ist eben, habt ihr Ideen, was für Videos ihr sehen wollt? Wollt ihr mal irgendwie was sehen wie, keine Ahnung? Das Problem ist, wenn ich mir überlege, ja, soll ich mal probieren, FOCH 155 mit HE zu drei Marken. Ja, probiert das Death Games auch schon. Oder keine Ahnung. Irgendwie hat das, ist halt das Gefühl dort, dass halt schon alles schon mal gemacht worden ist. Und ja, das deprimiert halt auch ein bisschen. Das deprimiert halt echt auch ein bisschen. Und ja, ich fühle mich ja momentan wirklich ein bisschen wie der Fisch noch Vogel. Das ist halt so das Problem. Ich habe ein Teil gefunden von mir, eben das mit News-Sachen. Und der Rest ist halt noch so offen und ja, unsicher. so, ähm, ich habe jetzt genügend lang gedaddelt, ich habe genügend lang geredet, ich werde auch kein Thumbnail oder so raufhauen auf das Video oder so. Es geht mir jetzt nicht darum, irgendwie meine Fresse hoch zu skalieren, Pfeil hinzusetzen und einen auf ein Ding zu machen, auf Clickbait-YouTube oder so. Es geht mir wirklich einfach drum, ähm, um einfach mal die Gedanken, die jetzt in den letzten sechs Monaten durch meinen Kopf geschwört sind, mal zu ordnen und mal preiszugeben. Punkt ist, hinter dieser Kamera oder für euch hinter diesem Screen ist kein Roboter. Ich bin auch ein Mensch. Ich bin ein Mensch mit Bedürfnissen, mit Träumen und mit Problemen. Und das, was ich jetzt heute gesagt habe, sind einfach wirklich halt die Sachen gewesen, diese Gedanken, die sich halt teilweise manifestiert haben und teilweise halt einfach, ähm, einfach mal preisgeben wollte. Damit ihr wisst, was läuft. Weil eben, ich hatte ja schon diverse, ähm, Kommentare, die gesagt haben, Joji Rage, macht überhaupt das Spiel noch Spaß? Und des Äfteren musste ich sagen, eben, nee, gestern hat es mir echt Spaß gemacht, weil ich mich nicht aufs Spiel konzentriert habe, sondern aufs Daddl. Und es hat gut getan. Und auch wenn ich jetzt noch ein bisschen daumig anhöre, muss ich sagen, ich bin froh, dass ich es jetzt mal gemacht habe. Ich bin froh, dass ich jetzt all diese Themen angeschnitten, angesprochen und durchgekaut habe. Damit ihr wisst, was läuft, dass ihr als meine Community mir Tipps und Tricks geben könnt, wie ich besser werden kann als YouTuber, ich besser werden kann als Mensch, als Person, als mein, als ich selber, als Raging Laptor oder eben als Claudio. Ja, danke euch viel, viel mal fürs Zuschauen. Lasst mich in den Kommentaren wissen, wenn ihr überhaupt das Video so lange schauen wollt. und lasst mich wissen, ob ihr irgendwelche Ideen habt, was eure Anmerkungen dazu sind. Seid ehrlich, ich kann es verkraften, kein Stress, alles in Ordnung. Und es nimmt mich einfach runter, was ihr für Ideen habt, was ihr für die Gedanken habt und was ihr denkt, auch über mich. Denkt ihr, ich bin ein empathieloses Arschloch? Denkt ihr, ich mache mein Zeugs gut? Danke euch viel fürs Zuschauen, Leute. Habt ein gutes Wochenende, wenn ihr es am Freitag guckt. Und lasst euch dieses Video oder ich hoffe, dass dieses Video euch euer Wochenende nicht vermiest hat. Und ja, danke viel mal für eure Aufmerksamkeit. Danke viel mal, dass ihr Teil meiner Community seid. Und man sieht sich im nächsten Video. Cheers, Leute. Tschüss. Musik 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 Musik